In Österreich ist gemäß Bundesverfassungsgesetz die Bundesregierung neben dem Bundespräsidenten eines der obersten Organe der Bundesverwaltung. In ihrer Gesamtheit ist sie ein Kollegialorgan, das durch Beschlüsse entscheidet. Ihre Mitglieder sind der Bundeskanzler, der Wiesekanzler und die Bundesminister. Die im Zusammenhang mit der Regierung oft genannten Staatssekretäre sind formal nicht Regierungsmitglieder, sondern Hilfsorgane der Minister. Ebenso die Kabinettschefs. Nicht alle Minister leiten auch ein Ministerium. Funktion und Stellung im politischen System. Die Bundesregierung wird seit 1929 vom Bundespräsidenten ernannt. Wobei er bei der Ernennung des Bundeskanzlers an keine rechtlichen Vorgaben gebunden ist. Bei der Ernennung der übrigen Mitglieder der Bundesregierung ist er auf den Vorschlag des Bundeskanzlers angewiesen. Mit ihrer Ernennung und Angelo-Bung ist die Regierung unmittelbar voll funktionsfähig. Eine gesonderte Bestätigung durch den Nationalrat ist nicht erforderlich. Da jedoch der Bundespräsident infolge eines Misstrauensvotums des Nationalrats verpflichtet wäre, die Bundesregierung zu entlassen, sind die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse bei ihrer Ernennung von ausschlaggebender Bedeutung. Von dieser rechtlichen Verpflichtung abgesehen, kann der Bundespräsident den Bundeskanzler oder die gesamte Bundesregierung jederzeit entlassen. Die Entlassung einzelner Mitglieder der Bundesregierung ist wie ihre Ernennung an den Vorschlag des Kanzlers gebunden und findet formal auch dann statt, wenn Minister von sich aus ihren Rücktritt erklären. Rechtsstellung der Bundesregierung Die Bundesregierung ist in ihrem Wirkungsbereich eine als Kollegial- oder Gesamtorgan eingerichtete Verwaltungsbehörde. Bei Beschlüssen müssen mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend sein. Obwohl rechtlich nicht gesondert festgelegt, müssen in der politischen Praxis Beschlüsse einstimmig getroffen werden. Dies entspricht der höchstgerichtlichen Rechtsprechung. In Hinblick auf diese Konventionalregel stellte Staatskanzler Karl Renner 1945 zwei kommunistischen Regierungsmitgliedern, die einen Beschluss nicht mittragen wollten, den Austritt aus der Regierung anheim, worauf diese keinen Einspruch mehr erhoben. Der österreichische Bundeskanzler ist Vorsitzender der Bundesregierung. Eine formale Richtlinienkompetenz oder ein Weisungsrecht des Regierungschefs gegenüber den Ministern sieht das österreichische Regierungssystem nicht vor. Seine Rechtsstellung innerhalb der Bundesregierung wird jedoch durch sein Vorschlagsrecht bei der Ernennung und Entlassung ihrer einzelnen Mitglieder gestärkt. Seine politische Stellung hängt davon ab, ob er die Alleinregierung einer Partei führt oder auf seine Koalitionspartner Rücksicht nehmen muss. Neben dem Bundespräsidenten und der Bundesregierung in ihrer Gesamtheit gehören auch ihre einzelnen Mitglieder zu den obersten Organen der Bundesverwaltung. Als solche sind sie selbst nur an Beschlüsse der Bundesregierung repräsentiert im Ministerrat gebunden und ansonsten weisungsfrei, d. h. keinerlei Auftrag von wem immer unterworfen und nur sie den ihnen untergeordneten Behörden gegenüber weisungsbefugt. Nicht als rechtlicher, wohl aber als politischer Auftrag ist es zu verstehen. Wenn der Nationalrat einen Bundesminister durch eine Entschließung dazu auffordert, in einem bestimmten Sinn tätig zu werden, z. b. einen Gesetzentwurf vorzulegen. Zur Unterstützung in den Amtsgeschäften können den Bundesministern Staatssekretäre beigegeben werden, die als Hilfsorgane des jeweiligen Bundesministers fungieren und damit ihm gegenüber weisungsgebunden sind. Sie sind rechtlich keine Mitglieder der Bundesregierung, haben als solche auch kein Stimmrecht, nehmen jedoch an Regierungssitzungen teil. In Koalitionsregierungen werden Bundesministern nicht selten Staatssekretäre der jeweils anderen Regierungspartei beigegeben. In diesem Fall bleibt die Weisungsgebundenheit der Staatssekretärstheorie. In der Praxis fungiert er quasi als politischer Aufpasser der Partei, die das Ressort nicht führt. Aktuelle Bundesregierung. Die aktuelle Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Kern wurde am 17. Mai 2016 von Bundespräsident Heinz Fischer ernannt und angelobt. Bundesregierungen der Republik. Siehe auch. Staatsregierungen wurden 1918 bis 1920 gewählt. Die Staatsregierung Renner ihr amtierte, von der Provisorischen Nationalversammlung Deutsch-Österreichs am 30. Oktober 1918 berufen, bis 3. März 1919. Die am 16. Februar 1919 gewählte konstituierende Nationalversammlung wählte am 4. März 1919 die Staatsregierung Renner II. Sie wählte weiters am 7. Juli 1920 die Staatsregierung Meyer I., die am Tag des Inkrafttretens des Bundesverfassungsgesetzes der Republik am 10. November 1920 in die erste Bundesregierung überging. Die Bundesregierung durch Fuß regierte vom 5. März 1933 an ohne Parlament, schaltete im Zusammenhang mit den Februarkämpfen am 12. Februar 1934 die Opposition aus und setzte am 1. Mai 1934 die autoritäre Verfassung des Bundesstaates Österreich in Kraft. Außerdem wurden alle Parteien neben der Vaterländischen Front als Einheitspartei verboten, so dass alle folgenden Regierungen formal VF-Regierungen waren. Die provisorische Staatsregierung Renner 1945 amtierte ohne parlamentarische Kontrolle von 27. April 1945 bis zum 20. Dezember 1945 und bereitete die Nationalratswahl vom 25. November 1945 vor. Sie wurde von der Bundesregierung Fiegel-Jab gelöst, die vom 20. Dezember 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg anamtierte. Sternchen provisorische Staatsregierung mit vollständiger exekutiver und legislativer Gewalt, allerdings anfangs nur in der sowjetischen Besatzungszone. Sternchen Sternchen Amt 20. November 1947 schied die KPÖ aus der Bundesregierung aus. Sternchen 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 Laut offiziellen Angaben des Bundeskanzleramtes wurde am 17. April 2005 aus der ÖVP-FPÖ-Koalition eine ÖVP-BZÖ-Koalition Zeitleiste Bundesregierungen, Bundeskanzler und Vizekanzler seit 1945, siehe auch Politisches System Österreichs